Autismus in kurz bedeutet, dass das Gehirn sich sehr stark auf einzelne Details und Abweichungen von dem bereits Bekannten konzentriert und dann eher Schwierigkeiten hat, verschiedene Dinge zu einem Gesamtbild zusammenzufassen. Typische Stärken sind eben große Detailgenauigkeit, lange Konzentrationsfähigkeit, auch oft die Fähigkeit, sich in eine komplexe, repetitive Thematik einzuarbeiten und es aber auch gerne zu machen. Und etwas, das ich immer wieder bemerke, ist, dass auf der anderen Seite autistische Menschen gerne auf IT zu sehr reduziert werden. Es gibt auch viele Kreative, es gibt viele, die in verschiedensten Bereichen Fähigkeiten haben und dass es eigentlich, ich sag mal, außer vielleicht im Sales kaum einen Bereich gibt, wo autistische Menschen nicht auch einen Mehrwert bringen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017